Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bedwars zusammen mit Lukas und Monif. So Leute, auf dieser Map machen wir hier die Hausbau-Challenge. Heißt, wir bauen uns hier ein kleines Haus. Und da darf keiner rein. Und wenn wir ein Haus gebaut haben, dann dürfen wir uns auch weiter fortbewegen. Heißt in die Mitte. Und dann dürfen wir auch richtig spielen. Ja, wir sehen uns gleich mal wieder, wenn wir ein richtig schönes Haus gebaut haben. Was machst du denn? Ich baue es ein Haus. Also ein richtig schönes Haus haben. Also wir haben, ja okay, noch nicht. Aber ein Fundament, das steht schon. Das sieht doch richtig nice aus. Und was macht ihr eigentlich so in der Corona-Time? Ja, das ist so, alter. Geht ihr raus oder werdet ihr auch wie ich, wie ich von Fabian gezwungen werde, mit den Videos aufzunehmen oder was macht ihr? Ja, ich schlag ihn immer damit, ob ihr Videos macht. Das ist so unser Prinzip, was wir hier machen. Also anders findet ihr auch keine Motivation hier. Ja, das stimmt. Lecker. Was ich hier gerade eingebaut habe, ist das klar. Ich bin jetzt wieder im Läppchen. Oder macht Hausaufgaben. Eins und beiden. Lecker. Hausaufgaben. Ich glaube, mir schießt das halt wer ab. Ja, blau. Oh, die haben doch hier noch eine Macke. Goll. So, ich mach hier mal ein paar Fenster rein, damit ich auch mal gucken will, was hier passiert. Ja, ich, ich hab ne Idee. Wir haben Singbold in der Kiste. Ja, wir, ja. Ich brauche Glöcke. Oh, hier kann man gleich. Ich mach hier so ein Panorama rein. Ich baue mal eine zweite Etage jetzt. Wir machen jetzt hier solche Stelzen hin. Und dann haben wir ein krasses Gebäude. Genau. Genau. Ja, lecker. Ähm, aua. Maum, 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 maum. Er schießt mir mit dem Bogen ab. Wir bauen hier ein Haus. Mal, was willst du denn? Ich baue mal ein Haus, Alter. Gerecht. Buhn. Slash. Buhn. Ich baue dich weg, Alter. Warum ist unser Bett offen? Ne, ich baue es da ein Nice Pupps zu. Achso. Alter, ein richtig schönes Fenster haben wir jetzt hier schon mal. Ah, ich hab ja nur, oh, ich hab nur Half-Life, Half-Life. Ich brauche mal ein bisschen Essen. Machen wir so einen kleinen Tempel hier. Ja. Geil. Wenn alle sehen können, wie geil das aussieht. Du brauchst ein Haus mit der, oh, wir haben Money. Ja. Oh, geil. Aber es ist nicht auch gut, dass uns keiner angreift. Das ist nett von dem. Ey, hör doch mal auf, mit dem Bogen rüber zu schießen, Mann. Du bist voll der Asse. Ja, Junge, geh doch weg. Was macht er denn? Oh, nein. Okay, machen wir gleich das Dach. Ja, guck, jetzt hat der Blaue die ganze Zeit auf mich geschossen. Jetzt hat er es nicht gecheckt, dass da... sein Bett ist. Gone. Sprachen lernen, Bubble. Ey, die schießt mit Bogen rüber. Alter. Mann, was soll das? Ihr würdet es zurückschießen. Hört auf. Ihr schießt mit zurück. Ein, aus. Mann. Alter, da fahrst du mit der. Ach, Moni, fiffst du mal beim Dach bauen, Mensch. Das Dach fliegt sich nicht von alleine. Genau, das Dach fliegt sich nicht von alleine. Hä? Ich verteidige gerade ein bisschen. Ja, aber das Dach fliegt sich nicht von alleine. Genau. Das Dach hat vorrangig. Sagen die und schießen zuerst drüber. Dann schießt nicht. Ja, die schießen zu uns. Perfekt. Nein, ich hab das online. Ich hab das feste Lapparkark. Ich hab keine Gegner. Oh, ich mach hier schon mal ein paar Scheiben rein. Oh, diese One-Line-Drücken für Eisen. Baut den, doch, geht schneller. Online-Drücken. Ja, die sieben, dann brauchen wir zu gehen. Online-Drücken, was? Drücken, was? Digga, Mutifat hier Schwert und alles. Äh, ja. Ey, die bauen sich rüber, nein. Schnapp sie dir, Muni und Fabian, ihr beide. Ich fliege das Dach. Ja, gut, ich mach hier gerade Scheiben rein, ne? Ja, hier, Fokus. Warum verteidige ich? Ja, ne? Mann, warum greifen die uns denn an? Was soll das? Oh, ich war weg. Ich hab sie weggepackt, Muni. Ja, genau. Scheiße. Ja, geht auch. Weil ich nicht. Scheiße, Mann, ich mach hier immer Mist. Ey, ich verklick mich immer. Du bist... Lukas, bist du gerade runtergefallen und gestorben? Kein Kommentar. Nochmal kein Kommentar. Was solltet ihr das? Rüch. Walla. Walla, ich schwöre. Alter, ist das wirklich... Nice Challenge. Geil. Gerade zu uns. Ja, der ist hier in der Base. Geil. Bin hinter dem, er checkt's nicht. Da geht in unser Haus rein, Leute. Ja, wir schwöre auch. Wir haben ein Wachsverbot. Der ist hier in der Base, meine ich. Also, der ist hier jetzt über. Ich schlag den gerade, der kann nichts. Oh, Junge. Er ist fast runtergefallen. Seine Mates werden jetzt kommen, ja. Nein, ich bin gestorben, Mann. Boah, ist der schlecht. Oh nein, ja, nur... Alles kaputt. Nein, ihr Monster. Was soll das denn, Mann? Aaaaaaah. Ihr, dass war... Wache der Wachter Aachen jetzt werden ausgebaut wurde es sein wird jetzt nicht ich kenne keine Gnade ist jetzt wird es wird ja es ist ein weiterer jetzt wird es ist weil wir haben kein Bett mehr nur hier seitdem die Eimer killen ich bin mit Städte Ehrenlos in unserer Welt Er will erstens unser Bett. Ich glaube, ich muss Stärke. So, jetzt rein da. Einfach ein Wuch rein, spam. Ja, wow. Juge. Das war's komplett. Moin, Leute. Der war voll schlecht. Ja, gut, dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat, Leute. Wenn wir mehr Bad Boss Challenges machen sollen, schreibt uns gerne Ideen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.